Hallöchen, ich bin die Jennifer und ich bin Sängerin von Jennifer Rostock. Ich arbeite ja schon seit ganz schön langer Zeit in der Musikindustrie und als wir angefangen haben Musik zu machen, gab es noch total viele Mädels da draußen. Und ich frage mich, wo sind die ganzen Frauen hin? Als wir den Song geschrieben haben, dachte ich so geil, endlich mal ein Song, der so für geile, starke Frauen steht. Eine Hengstin ist für mich eine Macherin. Jemand, der sein Leben in die Hand nimmt, macht, was er möchte und sich nicht von anderen beirren lässt. Solange ich für meine Ziele selber verantwortlich bin, dann schaffe ich das auch immer. Und deswegen würde ich mich schon als Hengstin bezeichnen. Eine Hengstin muss natürlich nicht zwangsläufig stark sein. Es geht nicht darum, immer mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Eine Frau ist halt einfach ein Mensch und Menschen sind auch mal schlecht drauf und traurig und emotional. Ich finde gerade das ist auch eine wahnsinnige Stärke, dass man das einfach rauslassen kann. Man darf auch mal Schwächen zeigen und das ist vollkommen in Ordnung.